Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Guckt euch dieses Plakat hier mal an, das sieht doch ein bisschen verschwörungstheoretisch aus. Aber schaut euch ebenfalls hier die Quelle hier unten an. Beim BBK sind wir nämlich hier und das ist der Link. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat nämlich dieses Plakat hier an einem Bahnhof in Deutschland aufgehangen. Und darauf steht, wir gucken uns das mal ganz genau an, weil ich finde das so interessant, dass mittlerweile Blackout nicht mehr Verschwörungstheorie ist. Wie es das noch vor zwei Jahren war, als ich auch angefangen habe, vor circa zweieinhalb Jahren darüber zu berichten, dass man preppen sollte, dass man sich vorbereiten sollte generell, dass ein Blackout gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Bei unserem Stromverbrauch schon damals und der Versorgung und die Situation jetzt sieht noch viel schlimmer aus. Sondern heißt es hier, was ist ein Blackout? Ein plötzlicher, überregionaler, weite Teile Europas betreffender und länger andauernder Strom, Infrastruktur sowie Versorgungsausfall. Eine Hilfe von außerhalb ist nicht möglich. Droht ein Blackout? Ja, ganz kurz. Ja, die Gefahr ist kommenden Winter so groß wie noch nie, heißt es hier. Ja, wie bereite ich mich vor? Lebensmittelvorrat, Getränkevorrat, Notfall, Kochgelegenheit, Erste Hilfe, Notfall, Apotheke und so weiter. Und ich würde mal ganz gerne echt wissen, ob das wirklich ein Original ist, wegen dieses Links hier unten, könnte ich es mir wirklich vorstellen. Also ich finde es ganz, ganz spannend, wenn jetzt hier öffentlich halt auch rumgegangen wird und sowas schon propagandiert wird. Nebenbei gesagt, das Wort Propagandieren steht im Duden, weil das einer geschrieben hat da heute in den Kommentaren. Also wenn man andere Leute versucht zu verbessern, dann muss ich doch sicher sein, dass es nicht falsch ist, was ich da verbessere. Also von daher. So, und in diesem Sinne, das sind die Ratgeber, hatte ich auch schon vor zwei Jahren in meinen Videos mal drin. Das hat nichts mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder sonst was zu tun. Mittlerweile muss man in diesem Land davon ausgehen, dass die Versorgung komplett einbrechen wird. Und das ist eigentlich auch schon seit etlichen Jahren der Fall, meiner Meinung nach. Denn die Energiepolitik von Merkel gestartet und von den Grünen jetzt weiterhin forciert, die bestätigt doch das, dass wir diese kritische Situation hier bekommen. Um es mal ganz nett auszudrücken. Dementsprechend, ich kann es nur immer wieder sagen, ich verlinke auch meine Prepperliste unterhalb des Videos direkt. Erster Link in der Infobox mal wieder. Guckt sie euch an, bereitet euch vor und schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten und ciao.